Mit den Rücken frei! Bleiben der Sanitäter! Sanitäter! Wir sind auf halbem Weg! Weiter! Achtung! Sie setzen noch mehr Truppen ab! Wenn fast da! Dann sind wir auf halbem Weg! Dann sind wir auf halbem Weg! Bleiben außer Sicht! Sicher! Gleich habe ich es! Wir dürfen nicht vorbei! Wir sind auf halbem Weg! 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 Sicher! Mit Schuss! Granaten! Seht und empfügt! Zurück! Die Bündnis hat getroffen! Brauchen ein Sanitäter! Kaleel, hier ist der Stratos! Dem NR10 Funkweg-Garab sind die Ziele in den unteren Ebenen, und wollen einen Evakuierungsplan koordinieren! Wir sind aber eher da! Also los! Ich schicke euch Kur in den Abend von Taylors und bei uns des letzten bekannten Außenthaltsmaßnahmen. Machen wir Glück. Jail 1, Ende des Lagerberichts. Ende. Ganz schön was zu schwimmen. Achte nur auf den Klamour in der Spür. Stell dir einen vereisteten Wald vor. Bei mir bleiben. Atme! Wieso? Wieso sind meine Systeme runtergefahren? Hab deine Diagnose gecheckt. Du zeigst die gleichen Symptome wie Hendricks. Vermutlich wie bei Taylors Team. Welche Symptome? Ich glaube die KI-Software hinter dem Projekt ist organisch geworden. Dein DNI war der Übergang. Sie wurde in den Testsubjekten geboren und ist jetzt in euch. Übernimmt euch langsam. Treibt euch in den Wahn. Wie langsam? Vielleicht Tage? Oder Stunden? Scheint ein distributives System zu sein. Ein Schwarmgehirn. Das mit den Erfahrungen aller Infizierten wächst. Hör zu. Sie verzehrt. Egal wie das Ding funktioniert. Was es auch will. Ich bin auch ich. Taylor. Wir finden ihn. Und falls wir ihm eine Kugel in den Kopf jagen müssen, mach ich's. Er ist nicht der Einzige. Wenn es soweit ist, tue ich, was getan werden muss. Wir finden eine Möglichkeit. Abseits vom Militär. Abseits von der CIA. Es gibt Orte, an die wir gehen könnten, wo wir sicher wären. Bitte, hör mir zu. Bleib bei mir. Irgendetwas stört unser Signal. Wir empfangen Aktivität auf dem Weg hierher. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das Gefühl hab ich auch. Wachsam bleiben. Hier oben. Waffen bereit machen. Auf mein Zeichen. Kane, bitte kommen. Da kommen mehrere Ziele in eure Richtung. Verschwindet von da. Taylor und Maretti. Sie wussten, dass wir kommen. Kane, ihr müsst sofort los. Sie wollen euch einkesseln. Verstanden? Wieder das Feuer. Ja, wir sehen die Luft. Und los geht's. Unter was hat diese Waffe völlig da? Ja. Es kommen immer mehr. Die NRC-Offensive ist gnadenlos. Wir können im Kampf kaum Fuß fassen. Wir brauchen mehr Luftunterstützung, um die Plattform zu sichern. Willst du hierbleiben oder mir folgen? Wie machen wir Taylor am besten ausfindig? Wenn wir den Kontrollraum sichern, haben wir Zugriff auf die Kameras der Plattform. Cain legt sie dir auf deinen Hut. Los! Oben oder unten, wir geben die notwendige Unterstützung. Da kommen zusätzliche NRC-Flieger. Wir müssen sie von der Plattform fernhalten. Verstanden. Sind auf dem Weg. Ich sehe sie. Mehrere feindliche Flieger. Gehe auf Abfangkurs. Verstanden. Ich sehe sie auch. Greife an. Achter auf Beschuss von diesen Bogengruppen. Gehe auf Abendsen. Ab ihm! Sie haben nach rechts. Sobald die Himmelfreiheit bietet, Archer aufklären. Das werden wir nicht zulassen. Fokus auf die Unterstützung der Bodentruppen verlagern. Wir geben deinen Männern Deckung. Rückt weiter vor. Wir werden hier festgenagelt. Wir brauchen Unterstützung bei 2, 1, 4, 3, 5, 9. Alle einreißen. Turnt euch aus. Hey? Wir haben den Kontrollraum abgeriegelt. Wir sind drin. Wir müssen jetzt rein. Ich brauche den Überwachungsspeed. Wir sind zu spät. Er ist auf dem Weg raus. Moment. Als sie noch in Betrieb war, war die Plattform wegen der Dürre ein Ziel von Piraten. Wichtige Bereiche wurden durch Sicherheitsprotokolle geschützt und abgeregelt im Fall eines Angriffs. Riegel es ab, Khalil! Riegel es ab! Jetzt! Da ist noch Maretti. Es ist noch nicht vorbei. Hey! Kane, was ist der beste Weg zu seiner Position? Tja, die Sicherheitsprotokolle haben eine Panzertür zwischen euch und ihm geschlossen. 1, 1, bestätigt. Irgendeinen Vorschlag? Ja, 1, bestätigt. Maretti ist noch ein Hanger. Khalils Männer sind schon auf dem Weg dorthin. Verstanden. Wir stoßen jetzt dazu. Nicht aufgeben! Nicht aufgeben! NnC-Streint Captain! Gerade an Marettis Position aufgetaucht. Sie rücken ab. Wenn wir ihn jetzt nicht kriegen, verlieren wir ihn. Kane, was ist der Plan? Maretti entkommt auf der Rückseite. Dranbleiben! Und bleiben! Und bleiben! Maretti ist hier lang. Lauf, verdammt noch mal! Ein Kontakt! Bewegung! Schneller! Entkommen bleiben! Entspannen dich. Wotter! Hendricks! Langsamer! Hey! Hör mir zu! Was ist nur los mit dir? Du bist nicht du selbst, Hendricks. Da ist etwas in dir, seit du mit Dias verbunden warst. Das gleiche Ding ist auch in Taylor. Du hast die Perspektive zur Mission verloren! Zu Taylor! Was? Taylor hat eine Verschwörung entlauft, die bis ins verdorbene Herz der CIA und des Winslow-Abkommens reicht. Und das macht ihn zum Ziel! Nein, Kane hat unsere Werte überwacht. Kane? Mann, Kane steckt doch hinter allem! Schon immer! Sie ist die gottverdammte CIA! Das reicht, Hendricks! Was? Du glaubst mir nicht? Oh, du hast dich in sie verschossen, was? Ihr habt schon Pläne für ein Haus auf dem Land und eine perfekte kleine Familie! Du solltest ihr doch nicht vertrauen! Du denkst nicht mehr klar! Ich denke nicht mehr klar? Und was geht denn in deinem Weg, Schädel? Vorsicht! Die haben echt Beef, die beiden. Oh, Fein, sie sind nicht träumlich. Feinde, wir haben echt Beef, die beiden! Feind, wir haben echt Beef, die beiden! Feind, wir haben echt Beef, die beiden! Maretti! Maretti! Hör mir zu! Du hast mitgelacht, oder? Sie haben schon Hallen den Tod! Was denn? Ah! 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 Es ist noch nicht zu spät zum Umkehren! Ergib dich und ich garantiere deine Sicherheit! Hast du keine Angst vor dem, was in der Dunkelheit lauert? Maretti! Du kennst mich! Du kannst mir vertrauen! Sollte genügen! Sieh das in den Kopf, weiss! Sieh das Feuer auf mich! Du bist vielleicht ein harter Kerl, aber nicht von der Hand! Bitte, bitte, ich gebe dir mein Wort, dass du fair behandelt wirst! Rauf da! Hol dir Maretti! Eine Kugel im Kopf hat dich immer noch zu deinem Schöpfer! Die Welt kennt die Wahrheit! Du bist ein Verräter! Deine Wahrheit hat unzählige Menschen getötet! Wir haben das Richtige getan! Kannst du das auch sagen? Wie ein Tier! Hast du ihn abgeschlachtet? Wir sind schon länger Auftragskiller, als ich nur denken kann! Aber du kannst das hier nicht gutheißen! Maretti war einer von uns! So wie Hall! So wie Diaz! Und als nächstes töten wir dann Taylor, oder was? Wenn du willst, dass die CIA ihre Scheißgeheimnisse bewahrt, dann sollte ich Cain womöglich auf der Stelle abknallen! Hey, hör mir zu! Der einzige Grund, warum du in diesem Moment nicht im Knast der ägyptischen Armee sitzt, ist der, dass uns niemand zur Hilfe kommt! Wir sind allein! Ich hab nur dich! Außerdem... ...bist du mein Freund! Das NRC hat eine Raketensalve gestartet! Ihr müsst sofort da raus! Das lassen wir uns nicht zweimal sagen! Los, Hendrix! Wir müssen wieder nach oben, bevor hier gleich alles um uns herum einstürzt! Ihr müsst da raus! Wissen wir! Wir sind unterwegs! Bewegung! Zum Hangar geht's hier lang! Und jetzt geht's rüber zum Halbfinale! Also, komm, fasst halt! Kommt jetzt noch was, wenn ihr alle beendet, das seid! Okay, let's go! Bye, bye!